So, heute machen wir Mammutmarsch, ein Dreißiger. Wir versuchen unseren Kumpel durchzuziehen, der noch nicht da ist. Wir haben ihn noch nicht gesehen, genau. Es gibt hier verschiedene Schlangen für 55 und 30, wurde uns ein Glück von Nougat Junkie gesagt. Hallo, du hast das. Wir sind im zweiten Desk. Viel Spaß! Ihr könnt noch aufrutschen, hier gibt es im zweiten Desk. Ja. Ich nehme es dir mal ab. Und das gleiche. Ja. Der Mammutmarsch ist eine Gemeinschaftsveranstaltung. Wir laufen hier alle zusammen und wir wollen, dass ihr euch gegenseitig unterstützt, damit das hier alle heute schaffen. Alle. Das scheiß Paparazzi ist hier. Ja, ne? Gemeinsam die Dreißiger. Aber dieses Mal nicht die RTL-Kamera. Auf der linken Seite. Wenn du jetzt denkst, hä, ich stehe auf der rechten Seite. Ah, wir laufen hier anders. Ach ne Quatsch, wir fanden mal anders an. Wer von euch war mit dem Mammutmarsch schon mal dabei? Ach du Scheiße. Und wer von euch ist heute zum ersten Mal hier, bitte mal hin hoch, dann machen wir jetzt mal einen riesen Applaus für die neuen Mammutsmarsch. Wir unterstützen euch gegenseitig damit ihr an kommt. Wir unterstützen euch mit Versorgungspunkten. Da gibt es Snacks. Jetzt mal alle zusammen und damit ihr Arme auf und ich geb euch dreimal Mammutmarsch. Mammut! Marmut! 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 Viel Spaß, bis gleich! Wir kriegen heute so einen. So einen kriegen wir. Den blauen? Den blauen. Ich habe mein Buch eingepackt. Wir haben es fast vergessen, das Büchlein. Hast du dein Büchlein? Hast du ein Büchlein? Nein, kriegt der zum Schluss. Ah, okay. Mal gucken, wie das wird. Ob mein Mann was damit machen kann. Hat irgendeiner die Tour gestartet? Ja. Ach so, ne? Heute hast du die Kamera gemacht. Ich kann das nicht. Ich bin eigentlich immer sehr ruhig. Wir tauschen unser, ja, normal ist er ruhig. So, jetzt geht's wieder den Berg rauf. Ja, einen Meter fressen. Geht los. Ja, freust du dich Mona? Na ja. Ja. Ich hab das schon. Ich hab das schon. Ich hab durchhalten. Ja. Mach das vor den anderen. Ja. Jörg ist vorne. Dieses Teil dreht sich nicht mehr. Wenn ich das Teil in der Hand habe, ist es bald kaputt. Ich glaub, Markus kann da eh nichts mit anfangen. Ich wollte das einfach drehen. Geht nicht. Okay. Heute ist meine Motivation große Schritte bei Anstiege. Und den Oberkörper ein bisschen vor. Okay. Die Chefin hat gesprochen. So mach ich das immer. Dann hast du den Schwerpunkt verlegt. André und ich, ich hab dich nicht drauf, André, haben etwas Vorsprung vor den anderen. Unser Neuling rennt uns alle weg. Markus und ich haben abgemacht im Vorfeld. Einer bleibt beim André. Ja. Beim VP werden wir uns alle wiederfinden. So. Unsere Truppe ist immer noch hinter uns. Wir zwei schlendern hier durch die Gegend. Für BVB machen wir keine Werbung, oder? Nein. Nein. Wir sind Kölner. Köln-Fans. Genau. Ja. Mal gucken, wann der VP kommt. Ich hab jetzt keine Daten. Du? Okay. Deshalb sind wir auch schneller, weil wir nicht auf die Uhr gucken. Das ist es. Wir gucken nicht auf die Uhr. Wir gehen, wie wir lustig sind. Ja. 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 Wir sind jetzt auf der Hohen Sieburg und wollen jetzt mal die Aussicht genießen. Ja. Ja. Ein bisschen Treppen halten hier. Schnucki. Schnucki. Mach weiter, dann fährst du mit nach Rügen. Ja. Mit uns. Nach Rügen? Ja. Ich meine nicht. Ach komm mit. Du kannst ja auf einem Campingplatz auf uns warten. Schön Grill anschmeißen, Flasche Bier. Ja. Du wachst dich für sie wieder kurz. Schickst du inzwischen durch Fotos. Ja. Erste Flasche leer. Mal zweite Flasche leer. Jetzt kriegst du solche Bilder. Jetzt geht das Ding nicht aus. Wir zwei werden keine Freunde. Kumpel. Ja. Ja, ich weiß nicht. Das ist für die Püden. Ja, das ist für die Hälfte. Das ist für die Hälfte. Ich habe auch schon gut. Wagen. Ja, ich habe es für die Hälfte. Ja, ich habe es für die Hälfte. Schönen Tag. Das ist für die Hälfte. Jetzt gehen wir hier Treppen, VP waren wir noch nicht, wir mussten eine Schleife gehen, aber die Toilette habe ich mir trotzdem mitgenommen. Markus ist hinter mir mit André und die anderen weiß ich noch nicht, wo die sind. Ich hoffe, die treffen wir uns abends je wieder. So, wir sind am VP2, auch André hat das erreicht. Wir sind ganz stolz auf André. André kommt auch schon. Nee, ich nehme ihn nicht ins Bild, auch wenn ihr das alle gerne wollt, vielleicht beim nächsten Mal. Er möchte nicht. Ich kann ihm seine Schuhe und Stöcke zeigen. So, mehr kriegt ihr nicht, damit ihr auch wisst, was es einen André gibt. So, und ja, vielleicht ein Ziel, vielleicht, vielleicht, ne? Nein, 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 er sagt nein. Er ist kamerascheu. Ich bin ja das neue Kamerakind heute. Das scheue Mammut. Das scheue Mammut, genau. Mammut sind scheue. Ja, er ist ein scheues Mammut, genau. Und jetzt werden wir Happa-Happa nehmen und gucken, ob wir vielleicht die anderen wieder treffen. Wir haben jetzt 21 Kilometer hinter uns. Vor uns ist der André. Und die anderen sind etwas länger im VP geblieben. Die sehen wir nachher im Ziel. Wir waren beim Finisher-Bier. Und jetzt gehen wir gemütlich die letzten paar Kilometer. So, die letzten Meter. Hier noch den Hügel drauf und dann rechts und dann haben wir es geschafft. Da ist tatsächlich direkt hinter der Kurve schon das Ziel. 90 Grad Kurveneinlauf. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön.